Nein, ich bin nicht mehr bei jedem Rennen dabei, weil ich habe ja 15, Ende 15, wo wir noch Weltmeister geworden sind in der WEC. Danach habe ich gesagt, ich bin die Reiserei satt, ich kann keine Flugplätze mehr sehen. Habe ich ja aufgehört und ich betrachte mir das meistens von zu Hause aus. Ich bin auf dem Funk, den die Jungs haben, den habe ich zu Hause. Also ich kann denen zuhören, ich habe ein Datensystem bei mir auf dem Laptop, ich kann schauen, was die Ingenieure machen. Ich bin immer gut informiert und falls mal was nicht ganz so gut läuft, dann läuft das über Wurzeln. Neue Zeiten, moderne Zeiten im Rennsport versus alte Zeiten, wo man einfach seine Ruhe im Auto hatte. Genau, das ist vorbei.